Für viele ein Traumschiff, die MS Europa 2. Platz für rund 500 Passagiere. 370 Crewmitglieder kümmern sich um die Gäste. 7 Restaurants, mehrere Pools und 251 Suiten. In einer waren sie untergebracht, Wolfgang Kubicki und seine Frau. Und während andere hier nur entspannen, hatte Wolfgang Kubicki hier eine Aufgabe. Eine Gesprächsrunde mit Sabine Christianzen, der ehemaligen ARD-Talkshow-Moderatorin. Ein Gast hat mit offenbar recht wackeliger Kamera die Diskussion gefilmt. Bild.de hat die Szene öffentlich gemacht, bei der es um das umstrittene Heizungsgesetz geht. Jetzt, wo das Geld doch so knapp ist, muss das Gesetz weg. Oder der Bundeswirtschaftsminister, sagt Kubicki. Das Heizungsgesetz wäre die FDP dafür, das zu kippen. Die wären schon dafür gewesen, das gar nicht erst ins Werk zu setzen. Aber jetzt? Muss das weg jetzt? Muss das weg jetzt, gut. Oder Habeck muss weg? Oder Habeck muss weg. Habeck muss weg, das sitzt. Wolfgang Kubicki, tausende Kilometer von Deutschland entfernt, dürfte das wissen. Er haut mal einen raus, gegen den eigenen Koalitionspartner. Das kommt in Berlin nicht gut an. Aus den Reihen der Grünen heißt es, jemand, der das Amt des stellvertretenden Bundestagsvorsitzenden ausübt, hat natürlich eine gewisse Vorbildfunktion. Gerade in Zeiten, in denen wir intensiv über Haushaltsfragen sprechen, ist es da fragwürdig, sich eine Kreuzfahrt sponsern zu lassen. Und wenn er dann im warmen Seewind noch die soziale Förderung des Einbaus neuer Heizungen kritisiert, muss man sich schon die Frage stellen, welche Maßstäbe Herr Kubicki an sein eigenes Handeln und Reden anlegt. Und von der SPD heißt es, scheinbar ist Wolfgang Kubicki die karibische Sonne etwas zu Kopf gestiegen. Der FDP-Politiker und Bundestagsvizepräsident auf Kreuzfahrt. Die achttägige Tour mit Kost und Logis frei. Auf unsere Fragen, welche Art von Unterkunft gewährt wurde, wie hoch die Kosten waren, wollte das Büro des Politikers heute nicht eingehen. Die Kosten inklusive der Flüge dürften bei rund 10.000 Euro gelegen haben. Durfte sich Wolfgang Kubicki diese Reise bezahlen lassen? Sarah Schöne-Wolf, die für Abgeordnetenwatch Politikern auf die Finger schaut, sagt, kommt darauf an. Also wenn Herr Kubicki als Bundestagsabgeordneter eingeladen wurde und dann Auskunft geben soll über aktuelle politische Geschehnisse, und dafür eben diese Reise gesponsert bekommt, dann ist das nicht in Ordnung. Wenn er hingegen als Autor eingeladen wurde, er hat ja mehrere Bücher geschrieben, und in dieser Funktion spricht, dann ist es wiederum, sag ich mal, in Ordnung. Und Wolfgang Kubicki, Volljurist und praktizierender Rechtsanwalt, antwortet uns heute so. Sollte der Eindruck erweckt werden, ich hätte mich illegal verhalten, dann muss ich sie enttäuschen. Weder habe ich mir eine Kreuzfahrt sponsern lassen, noch ist man als Vizepräsident des Deutschen Bundestages in Haushaltsberatungen involviert. Ich habe im Februar 2023 einen Vertrag mit der Firma von Sabine Christiansen als Autor abgeschlossen. Acht Tage Luxus genossen und wieder Schlagzeilen produziert. Für Wolfgang Kubicki muss es eine Traumreise gewesen sein. Aufgrund von Fabian Christiansen als Autoriversität Untertitelung des ZDF, 2020